Ich habe gedacht, alle Orkestern, besonders in Deutschland oder in Europa, normalerweise spielen klassische europäische Musik. Aber diese Art von Musik, das heißt zum Beispiel dieses Klavierkonzert, Aminallah Hussein, das war das erste Mal in Europa eine persische Pianisse spielt und das war etwas Besonderes, habe ich gefunden. Amen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.